was habe ich mich erschrocken habe ich mich erschrocken aber nein ihr werdet es niemals erfahren also was mache ich nicht so was macht er macht so erstmal bedanken beim busfahrer ich habe mich mal so ein bisschen belesen letztens also gestern um genau zu sein zwecks der bots hier im spiel es gibt bots ja am anfang hast du halt mehr und je besser du wirst um so weniger werden das wird nie eine komplett botfreie lobby sein glaube ich hier in dem modus aber man kann sie halt auch relativ schwer erkennen hier kommt schon was an doch kann noch einmal in der tat slurp junger baum entschied auch das haben wir auch schon besser gesehen da hinten wird geschissen äh geschossen erstes spiel des tages meine euklein müssen sich erst mal wieder dran gewöhnen immer noch schiss so 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 Wäre schön, wenn sie sich erst mal jetzt gegenseitig eliminieren würden. War das früher eigentlich auch so mit den wandernden Zonen? Okay, einer ist noch am Leben. Ich habe jetzt aber auch keine Schüsse hier irgendwo mitbekommen in der Nähe. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Wo geht's denn jetzt schon wieder hin? Oh, hab ich mich erschrocken? Hab ich mich erschrocken? Oh, Alter. Geil. Sieg. Ja. Ha, ha, ha. Ja, ich freu mich. Ui. Oh, aber ich hab mich erschrocken. Oh. Meine Herren. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, ich dachte, jetzt kriegst du einen und das war's. Oh. Oh, schönes Ding. Oh. Junge. Nie war ein Schreck so schön. Boi, joi, ist auch noch Zonen draufgegangen. Junge. 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 Junge.